Hallo zusammen, ich bin Julia und habe seit ca. 6 Monaten Ischias Nervschmerzen. Die Schmerzen kamen urplötzlich und zunächst wusste ich auch gar nicht, was los war. Im Internet fand ich dann www.ischiasnerv.info und jetzt geht es mir schon viel besser. Ich habe alle Informationen auf der Seite gefunden. Vielen Dank, schauen auch Sie sich um und ich wünsche Ihnen schon jetzt eine gute Besserung.